ich kann ja aber auch nichts anhängen du bist der heavy weapon wie viel schaden du machst weniger schaden naja bleibt weiter da können wir nur dagegen hauen da können wir die gewichte irgendwie weghauen wir wüssten da was schweres dran hängen naja da ist noch so ein werfer und da ist ein neues kraut wenn ich richtig gesehen habe ja ich muss nur aufpassen dass nicht wieder zu dass mich zwei mich ein teilen das könnte nämlich ungut werden also immer mal wieder in die richtung gucken ob von da noch was kommt ja komm her ja es ist nicht dass die gegner neue tricks beigebracht haben wodurch gerade das rumtänzeln etwas schwieriger geworden ist so gut der ist auch weg eine neue pflanze matt wird ankommen herb also ja wenn ich das richtig lese ist das wahrscheinlich die gegengift pflanze ja was stelle ich daher ich weiß nicht was ich daher stelle so stelle ich auch irgendwas hier so nicht so nicht so stelle ich auch was hier komme ich habe genug davon was ist das antidote ah ja also ich habe gerade ein gegengift entwickelt auch gut und da ist die andere seite von dem einsturz und hier bin ich jetzt auf der anderen seite hiervon und wieder wölfe wog war gemeint ich ach nee höllenfratzen noch ein wog energy potion ich habe so das gefühl wenn ich den stein hier gleich aufsammeln was steht hier sei schnell ok sei schnell du machst mir späße also ja ich habe gesehen dass da viele wölfe rumstreuen das jetzt winger sozusagen das heißt eigentlich sobald ich den stein aufnehme gehen alle zwinger auf und ich muss rennen ach hier bin ich ja ja muss ich gucken wie ich darum rennen muss dass ich rauskomme ohne dass mich die wölfe hier einkeilen und fressen also schnell sein das war nicht schnell wage potion au da ist ein hebel und jetzt bin ich eingekallt oder ja au 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 ok das ist nicht gut und ich kann lagen u load game ok das müssen wir dann wohl irgendwie anders anstellen ok darum ich weiß ja nicht ist der ist das darum und das runterfallen da die einzige möglichkeit okay ich habe die wölfe freigelassen denke ich mal das habe ich mich in die enge treiben lassen gut ich habe tränke und sie stehen nur drum darum okay also ein habe ich schon mal noch einheit rang wo auch noch ein und das war mein art scharf wieder jammed okay der weiß uns jetzt tot wisst ihr was ich lade gleich neu tatsächlich lade gleich neu so dankeschön und dann mache ich das ganze etwas anders deine munition wirst du nicht brauchen nämlich ich drücke den knopf und dann renne ich gleich los genau weil hinter mir geht schon mal die türe auf so und die wölfe sind frei beziehungsweise die worge so mit einem kann ich mich gut anlegen die verletzte sogar richtig böse kopf verletzungen bein verletzungen ok kann ich da einfach so gegen heilen was machen die ecco ways he unable to cast spells reduce movement speed and maximum load ok da muss ich also gucken dass ich wow die schnell loswerde wow ok jetzt haben wir noch mehr verletzungen zurück zum blauen kristall wunden heilen nicht da und da das ja jetzt geklappt hat mit dem rauskommen speicher ich gleich noch mal ok das ist eine echt garstige ecke das nest aber ich muss da rein weil da ist ein christ ein so ein power gem so einer ist weg so da kommt noch einer den könnte ich mal raus machen so viele dürften es ja gar nicht mehr sein zum glück so jetzt müsste nur noch das doppelpack da drin irgendwo rumlungern genau dieses doppelpack so wenn ich das los bin müsste ich da oben alles gekleert haben so dann werden wir noch mal speichern gehe nicht dass ich da wieder runter falle so einer ist weg weder zweiter nur noch so edge patch du kriegst mich so leicht nicht und ja die viecher sind auch echt garstig wenn die verletzen können so komm aber jaulen ordentlich welche eine verpasse so geben aber auch 80 erfahrungspunkte und gut fleisch das heißt wir können uns jetzt in ihren löchern in ihren zwingern mal umsehen da ist nichts da war nur die wand das heißt hier ist jetzt alles schön ruhig wir können uns das essen krallen was die mit ihren zwingern hatten naja fische ok also mit essen sind wir im augenblick gut eingedeckt auch wenn wir uns das ziemlich überladen tut gibt mal die sachen an ihnen ab bis wir sie mal brauchen ja ja das heißt noch mal hier so und jetzt sind wir hier drin und können uns den hier nehmen und jetzt kommen wir wie wieder raus ja ach so so gut ich würde ja am liebsten auch noch mal nach da unten gucken die wölfe dort töten und so aber wir kommen allgemein noch mal hier runter denke ich weil wir haben hier oben das vier plagen quest noch nicht gemacht so das tue ich mal hier markieren und hier drüben ist eigentlich noch auch noch etwas wo ich mich genau umgucken sollte kurz wie man an den trank da kommt nämlich hier ist nichts was sagt die nahrung bei den einzelnen leuten er könnte schon wieder was vertragen und wir haben recht viele heilpilze also geben wir ihm mal das hier und hier geben wir mal das hier so ein bisschen leichte kost Stein der Philosophen dann und dann dann